Hallo von der Baustelle und willkommen zu Minecraft nicht am Boden, wo nur abgehobene Menschen sind. Ja wir bauen hier anscheinend eine Erweiterung hier hinten. Das ist sehr cool und außerdem habe ich die Brücke gebaut. Sieht nicht super schön aus, aber ich wollte jetzt keine so aufwändige Brücke bauen für so 30.000 Kilometer. Also ja, Plan für heute ist mein Haus mal den Grundriss und so grob alles zu bauen. Ja, dann muss ich nämlich nicht mehr bei denen in der komischen WG da wohnen. Sind wir denn endlich los? Er frisst ja auch nicht mehr endlich unser Brot von unseren Karotten. Aber ich werde immer noch bei euch wohnen, das wird nur mein Zweitwohnsitz. Ich glaube das habe ich noch gar nicht gezeigt, das ist das Lama von der Klara, das hier erhängt wird. Ja. Wie durch ein Wunder hat es aufgehört zu regnen. Ach wie toll. Du bist wahrscheinlich, weil du die Treppen runtergefallen bist. Ja. Willst du es hier hinten hinbauen vielleicht? Genau. Und ich habe ja Xander ein Haus mit ganz vielen Kurven versprochen. Also ich versuche, das ist ein richtig dummes, random Haus so zu bauen. Da kommt so ein kleiner Mainraum hin. Es wird ein echt verwirrendes Haus werden, aber ein cooles, echt verwirrendes Haus. Wo machst du das Haus überhaupt? Ich habe noch gar nicht dran Angst. Hier so auf der Wiese irgend... Ach, schimpf, schimpf. Irgendwie sieht es aus wie eine Kirche. Wie kann das aussehen wie eine Kirche? Das ist ein fucking Kreis. Komm Grundriss her. Das ist ja im Moment, das muss ich jetzt auch sehen. Das ist einfach nur ein Kreis. Wo es rüberkommt, um klar auszulachen? Oh Gott. Das ist ja literally ein Kreis. Ja. Oh, da unten ist Kupfer. Achtung. Achtung, da ist Kupfer. Oh nein. Oh weia. Yo. Chill, chill, chill. Okay. Okay, Ben, dein Brück ist ein Kriegsverbrechen. Ich hoffe, du weißt das. Ja, das war Absicht. Wir sollten vielleicht mal einen Räucheröfen machen. Hä, es gibt Räucheröfen? Einen Räucheröfen. Der Öfen. Ich habe ein Haar, was verbaust, aber... Es wird ein Haus. Ein tolles Haus. Sanna, ich will jetzt angeln. Ah. Ach, Verzeihung. Was war das für ein Schrei? Ich habe genießt. Aber den ersten Teil davon hört man nicht wegen Hintergrundgeräusch und Verdrückung. Ja. Ich angle jetzt ein... Jetzt wird halt einfach das... Ah, danach. Oh, er macht da hinten weiter. Machen wir da vielleicht eine Monsterfalle hin? Warum bräuchte ich eine Monsterfalle? Warum willst du jetzt eine Monsterfalle eigentlich? Ich finde das lustig. Aha, sie sterben alle. Ich will jetzt einfach aus Prinzip keine Monsterfalle. Einfach nur wegen Clara. Ich bin gerade kurz erschrocken. Ich habe gedacht, das nimmt nicht auf, aber es nimmt auf. Ach, ist das ein Glück. Ich will also aufgenommen. Oh ja, ich werde alles, was ihr sagt, gegen euch verwenden. Das finde ich lustig. Ja, ich auch. Hahaha, was für ein Zufall. Wir haben so einen tollen Humor. Ich renne über deinen Grundriss. Wie gefällt dir das? Das kannst du machen. Das ist mir halt echt egal. Ein Haus hat eine sehr komische Kuh. Ich weiß, das ist echt komisch. Echt. Ich will aber viele Kuh auf den Rheinbund ins Haus. Ich muss mir das doch mal im Game-Mod anschauen, weil ich habe Angst, dass ich hier ausversehen ein Hakenkreuz baue. Wie es aussieht, bin ich noch okay. Wie es aussieht, bin ich okay. Ich darf jetzt nur hier noch keinen Ausläufer mehr bauen. Das will ich jetzt aber auch sehen. Moment, Moment, Moment. Lass mich kurz noch fertig bauen. Ja. Also. Nein, ich bin noch okay. Ich bin noch okay. Was heißt noch okay? Ja, durch diesen hier hast du es schon kaputt gemacht. Dadurch, dass wir hier gehen. Was kaputt gemacht, das wäre das was Schlechtes. Kein Kommentar. Ich gehe mal wieder. Ich glaube, für den Grundriss wäre es das dann auch schon. Genau, vielleicht baue ich noch einen zweiten Stock irgendwann. Aber ich finde, das ist ein toller Hausgrundriss. Dann baue ich jetzt schnell mal die Wände. Achso, ich habe dir eine Troll getan. Wo bist du? Hier. Genaue Angaben. Wo bist du? Ja, hier. Ja, ich habe... Sanne, das machst du immer. Am Arsch mache ich das. Das machst du immer. Ich schwöre. Ich schwöre bei allen. Ja, ich sage hier und erkläre dir dann, wo ich... Machst du nicht. Machst du nicht. Ich kann es automatisch hier sagen. Und du regst dich sofort dann darüber auf, dass ich gerade hier gesagt habe. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe genießt. Ich habe gerade fast deinen ganzen Namen geleakt, sorry. Ich habe meine Namen und Adresse geleakt, easy. Nee, das könnte sie nur bei mir. Der ist nie wieder. Kannst meine Adresse leaken, es wird mich sowieso niemand finden. Das stimmt allerdings. Also, Ben wohnt in... Jeder von deiner Tür und will ein Autogramm. Oh. Oh. Nee, das ist mir so... Das ist mir so bei John Lennon, dass ich dann ermordet werde oder so. Ich wette, er heißt Timmy dann. Oh, Timmy. Oh, Timmy. Ja, Timmy gebe ich gern. Ein Autogramm. Ehrlich, ich weiß jetzt, was du meinst. Ey, das tut ja weh. Ja. Es ist wie die Brücke zum Wurm. Ja, die war ja auch so scheiße. Ich war genauso groß, Alter. Ich kann dir keine Brücken bauen, glaube ich. Das ist ja einfach nur... Ach, 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 ach. Na ja, na ja. Mach die doch breiter. Ja, aber das ist ja Arbeit. Wieso machst du dann überhaupt Zäune und Wände hin? Lass sie doch dann einfach... Nee, du kannst einfach über den Zaun sprengen. Oh Gott, ich sehe jetzt erst den Rest. Ach du Scheiße, es geht ja hinten auch lang. Ach du Kacke, denn... Ach, Alexander. Von dieser Brücke hast du unsere gute Brücke gesehen. Ich wünsche, wie du random mittendrin einfach noch so Logs statt Planks hin hast, um ansatzweise Design zu haben. Ja, da kommen die Fackeln hin. Hallo, ich baue halt lieber Häuser. Ist doch okay. Nee. Ja, die Zäune bringen nicht. Und das sieht nicht mal gut aus, weil da lauter Einzelnen nur stehend. Kann man Katzen eigentlich mit beiden Fischsorten, also... Ah! Oh! 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 Ich habe ja so gerade von der Spinne erschrocken. Ich bin jetzt krank, ne? Ne. Aber ich habe eine Menge Lava gefunden, also... Oh Gott, Xander. Aus Prinzip. Was lacht denn, Xander? Oh Gott. Oh! Das ist tödlich hier, Alter. Xander, was hast du denn getan, was hier so lustig ist? Ich will hier einfach nur mein Haus bauen. Ich kann dich als Operator wegmachen. Ich will hier doch einfach nur ein bisschen meine Wände bauen. Wir wollen doch einfach nur unseren Villager-Zombie herholen. Aber nein, du musst ihn rösten. Ach so. Ja gut, dann kannst du es machen. Ja, jetzt ist Aschert zu spät. Dann sag doch, dass es einen Grund gibt, ey. Jetzt ist er schon der Rosti, ne? Dann rede doch einfach mit mir. Oh, jetzt ist meine Axt kaputt. Jetzt kann ich mich mehr morden. Ich kann auch nicht mehr hier fucking länger machen. Ich glaube, unter meinem Haus werden dann dauernd Zombies sein. Brauchen wir eigentlich Birkenholz? Nein, klar da an diesem Projekt. Nee. Eigentlich will die niemand haben. Du, äh, Ben, ich bin noch okay. Ja, okay, dann darf ich es der Spann machen, oder? Äh, ach so. Darfst du. Ich habe die Erlaubnis erhalten. Ihr habt alle gehört. Hät nichts dagegen. Sander, guck dir diesen guten Attentatsversuch an. Das ist ein mega Attentat. Was denn? Na, ich war mal. Das Spinnenauge. Beim Lama. Was gibt das Spinnenauge? Was macht ihr mit meinem Lama? Hä? Hä, macht das was, wenn es das Inventar tut? Macht das was? Nee, aber wenn du's... Erik, Erik, wir gehen. Wir gehen zu Leuten, die bitte überstehen. Was? Hä, was? Warum ist das dann ein Attentat? Wenn das gar nichts macht? Warum hast du den Autos in deinem Lama reingeschmissen? Schossi weiß doch, was das ist. Ja, Erik, weiter geht. Warte jetzt. Ja, wir bauen weiter. Xander, was war eure Mission dahinter? Mann, die haben so ihren richtigen Kult, die zwei. Alter, es war keine Mission, es war witzig. Dann schaffst du. Ich hab trotzdem nen Kult. Digga, es war einfach nur, wenn du ein Spinnenauge isst. Spinnenei? Nee, erklär's nicht, Erik. Ich weiß, ich weiß, aber als ob sie was findet und das dann isst. Naja, gut, das ist Clara. Es war auf der Scheibe. Mir kommt dann auf Clara. Ja, aber das ist doch nicht lustig. Du bist nicht lustig. Mann, das ist so offensichtlich, dass es halt unlustig ist. Ach, Kinder. Du hast immer wieder aufgekleidigt. Was? Ja, ich hab die ganze Zeit aufgenommen. Was denkst du denn, was wir hier machen? Was ist da los? Was habt ihr da getan? Was denn? Was denn? Das hab ich nicht mal gesehen. Junge. Ich bin zwei Sekunden weg. Ich hab die Schneewelle. Ich bin zwei Sekunden weg. Hol die Schneewelle, Clara, los. Okay. Ey, nicht unser Holz klauen. Du liebst das, unser Holz. Er denkt, ihr klaut unser Holz. Junge. Erik, warst du das? Ja, sehr gut, sehr gut. Los, Clara, bewerf ihn weiter. Au doch mit der Axt. Okay, jetzt gibt's Kriege. Erik, Zugriff. Leute, das war's hier denn mit der Folge. Ich werde hier, glaube ich, verfolgt. Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten, ey. Oh, oh. Ich glaube, ich wechsle dann noch das Texture-Pack. Das hat irgendwie backende Lianen oder so. Leute, das war's hier denn mit der Folge. Ähm. Es war wieder... Oh mein Gott, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.